Und damit Willkommen zurück zu Callisto-Protokoll. Wir müssen immer noch zum Bahnhof. Und haben ja hier unten aufgehört. Suche noch durch erfahlen Brückenübergang. Okay. Wird ein bisschen abgespaced aus hier. Welche Goodies da hinten? Nö, ne? Was ist das? Na, wenn das da was entgegenkommt. Ja. War mal aus so einem Wirbelding. Kommt's mal her. Nein. Scheiße. Eigentlich wollte ich dich... Ja, nice. Okay. Nicht so wie geklaut. Okay. Fuck. Scheiße. Es lief jetzt nicht so wie geplant. Dieser scheiß Spuckteufel da hinten. Hat mir den Rest gegeben. Okay. Probieren wir das nochmal. Inventar voll. Scheiße. Scheiße. Was ist das? Na, da ist noch einer. Komm her. Komm her. Scheiße. Komm her. Kleiner Spitzelist hier. Dankeschön. Okay. Okay. Hätten wir das. Warum baut man sowas eigentlich? So. Her mit den Loot. Dankeschön. Okay. Der war ja auch noch einer. Her damit. Hätten wir die Schluge? Nein. Okay. Da rein hätte ich sie aufschmeißen können. Das ist mein Teil da leer. Nein. Okay. Wir gehen mal hier weiter. Was? Wo? Um. Wo denn? Komm. Lass dich bewegen. Äh. Wollte ich ernsthaft da rauf? Jacob, hey, hier drüben. Ja, Seil oder so? Komm rauf. Ist nicht so übel. Nein. Ich sage voraus. Tja. Willst du von diesem Felsen runter? Ja, gutes Argument. Kinderspiel. Schau doch nicht runter. Mhm. Und genau das befürchte ich, was passieren wird. Ganz ehrlich? Das ist scheiße aus. Ich sehe scheiße aus. Ich rieche auch so. Hat jemand nicht erwähnt, dass ich denn baden muss? Ich habe gesagt, dass es nicht leicht wird. Aber du hast es ja geschafft. Ja, das nächste Mal tauschen machen. Noch nicht. Aber es wird. Komm. Reich mir die Hand. Oh, cool. Oh. Oh. Mach schon. Schuhe meine Hand. Habt ihr. Oh. 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 Der hat auch schon gemerkt. Wir sollten von hier verschwinden. Hey, warum der Anzug? Die Stationen haben bei der Räumung Schaden. Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen. Da. Zieh den Anzug an. Der Sturm kommt immer näher. Wenn du so weit bist, starte ich die Schleuse. Ich hab dich nie gefragt. Wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, einem Murdoch zur Flucht zu verhelfen? Hm, ja, schon. Nun, das tust du. Und jetzt? Pass auf. Es ist lange her, okay? War Selbstverteidigung. Falscher Ort, falsche Zeit. Ich hab damals viele Fehler gemacht. Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech. Nein. Nein, nein. Ich hab anderen die Schuld gegeben. Bis ich merkte, dass sie bei mir lag. Keiner ankommt seiner Schuld. Wohl wahr. Ähm. Oh, den werden wir garantiert noch mal sehen. Wohl wahr. Visier geöffnet. Eine Funktion der Händichtung. So stark gehalten, Kittich. Da. Und unser Freund. Da kann er auch nicht so weit weg sein, oder? Ja, gut. Warte, ne, er ist mutiert. Oh, sieht geil aus. Okay. Einfach mal diesen Licht da teilen, da hinterher. Ach, ne, sind die jetzt hier draußen auch noch? Keine Ahnung. Ah, ich glaube, das ist da vorne vielleicht. Darf jetzt einfach mal so in die Richtung. Oh. So, danke. Immer schön geradeaus. Oh, servus. Hi. Ey, fern den Lut. Nur wenn wir draußen sind, können sie das nicht behalten. Ach, da geht's weiter. Ähm. Einfach so hier runter. Ja, wo bist du? Ja, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Wie bist du da hingekommen? So, ähm. So, komm. Ja, egal, wer wird's nicht machen, weil das Kapitel heißt verloren. Oh, komm. Schneller. Elias! Elias! Oh. Ich bin erledigt. Danke. Dank dir... ...konnte ich fliehen. Nein. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Es ist schon schade mit ihm, aber trotzdem, es macht keinen Sinn, dass er da liegt. Ist das... okay. Okay. Was ist mit ihm da reinbringen und... Ah! Ich bin Pilot und du brauchst mich! Hey, warte! Warte! Und wo bist du überhaupt hin? Ich bin Pilot und du brauchst mich! Der Honda ist dort. Du gehst besser los. Oh, ich kann schon! Es tut mir so leid, Elias. Ja. Shit. Gut. Oh, es geht einfach auf, ohne dass ich irgendwas brauch. Ja, gleich. Gucken wir uns mal umsehen. Eine Art Außenposten. Ziemlich alt. Ah, will ich mich ja... Okay. Das war zur Sicherheit. Aber warum? Warum? Warum sind die da alle hier so eng gefroren? Okay. Aber einer von denen wird wieder aufstehen. Aber hier hat's auch die Zombies. Ich glaube... Die experimentieren hier schon lange. Ja, ihr habt's auch gewusst. Scheiße. Okay. Okay. Wir gehen da mal weiter. Ja, ja. Immer mit Ruhe. Wow. Fresse. Der hat mich jetzt ein bisschen geknickt. Alter. Gibt's auch nicht. Ich hab... Ich hab mich gedrückt! Was? Aber krasser Fetischer von ihm. Ja, okay. Wo bringst du mich jetzt wieder rein? Ah, hier. Okay. Ah, ich dachte, ich könnte runterschmeißen. So, diesmal nicht. Scheiße. Komm her. Dankeschön. Ah, jedesmal mit dem scheiß Fokusverlust. Okay, ähm... Wir machen weiter nach da oben, ne? Ah... Da steckt ja bestimmt noch mal einer. Oder? Schon richtig hier, ne? Okay. Hm... Seht auch wieder so stabil aus. Ähm... Da durch? Ähm... Ja, das... Äh... Das... Hier so lang? Oh, sehr gut, das Omen. Ah! 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 Scheiße! So, um, hier in der Mitte. Nee, ganz ruhig. Okay, geschafft. Wow, wow, wow. Du, scheiß Fien. Alla. Einfach so mitten aus dem Nichts raus. Hast du da Hoodies? Naja, mal hinkt gerade jetzt. Danke. Ah, ich hab da ein ganz ungutes Gefühl. Weil auch noch die roten Dinger hier überall rumliegen. Hey, hallo. Du da draußen. Hey da. Super, um diese Tür aufzustellen. Diese Zugangstunnel führen zur Schneeraubengarage. Ich kann uns reinbringen. Äh, die Tür da? Nee. Hab ich's noch gewusst. Mehr. Hey, bleib da. Ah, so funktioniert das. Okay. So, und wo ist der Gefangene? Alter, die Scheißdinger. Könnt ihr nicht einfach mal da bleiben? Dankeschön. Hab ich dich. Mehr. Ah. Halla. Ah, komm jetzt. So. Ich weiß jetzt immer noch nicht, welche Tür. Mehr. Scheiß. Welche Tür meinst du? Da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Das muss ja dann eigentlich die sein. Nee. Das hier auch nicht? Das gibt's doch nicht. Okay. Ja, ich hör schon wieder. Mann, ich bin grad ein bisschen... Zwei von denen. Ja, komm her. Scheißvieh. Wo ist der andere? Oh, es kann doch nicht so schwer sein. Es kann doch nicht so schwer sein, hier rauszukommen. Hier geht's auch nicht weiter. Sag mal. Kann mir bitte mal einer sagen, wo ich hin soll. Komm her. Scheiße. Alter, komm jetzt. Laut nach. Hier rauf. Nee. Komm her. Scheißvieh. So. So. Ah, endlich. Okay. Ich glaub, ich hab irgendwas grundlegend falsch gemacht. Zündheitsgel. Ja, und jetzt? Warum ist irgendwie offen? Was haben wir hier? Naja, okay. Hier rauf? Nee. Okay. Auch falsch. Es gibt's doch nicht. Wo muss ich hin? Ah. Servus. Gut. Wow. Ja, das sieht's ja einfach gut. Das ist wohl nicht so geil. Gerade wenn man das vielleicht kaputt macht. Okay. This way. Okay. Okay. Das dürfte dann wohl Anlage A gewesen sein hier. Keine Ahnung, aber ich muss jetzt irgendwie ein Schwäßigpark decken. Ich weiß nicht, ob er diese Kopfteile hat. Okay. Ja, einfach nur ein Zombie. Das sah jetzt nicht so super speziell aus. Komm nach. Nice. Nice. Ja, komm. Einmal durchquetschen. Das war's. Überschaubar. Sagen wir, schau mal hier lang. Oder auch nicht. Äh, geradeaus. Ja. Nice, dankeschön. Okay, auch aktiv nix. Oh. Ohne den Weg zurück. Oh, come on. Dankeschön. Na ja, sonne halt wieder. So, wie schaßt das mit Loot? Dankeschön. So, eine Power Station würde ich eigentlich... Also, so einen 3D-Drucker würde ich irgendwo... Kannst du mich raten, die explodieren. Ähm... Geradeaus. Was, Kauschen... Stairs. Ist eh nicht so aus, als wenn's da weitergeht. Komm, du mal kurz nachladen. Da bist du ja alles voll mit Atomöl. Oh. Warum hab ich nicht geschossen? Ah, nimm. Immerhin, Geld. Scheißvieh. Scheißvieh. Gut. Oh, gut, ich skippe ja. Na, die... Hey, nimm jetzt. Dankeschön. 18. Ich hätte ja schon nix dagegen gehabt, mit ihr irgendwie mit dem Wagner mitzufahren. Alle anderen haben es irgendwie angenehmer als wir. Alter, wie viel Schuss brauchst du? Okay. Ich hätte auch das da hinten nehmen können. Okay. Danke schön. Geh mal da lang. Das sieht ein bisschen einladender aus. Tja, so viel zu einladen da. Gut. Ja, da geht's nach oben. Soll ich mir das noch anziehen? Na, nee. Uh, sehr gut. Hoffe ich zumindest. Depot. Ist das jetzt der Hangar? Marge. Torhaus. Oh, er damit. Oh, er wird. Hois. Back auf ihr GAP. Okay. Sehr gut. Alter, scheiß Kotzvieh. Ich hab mich besonders gern. Oh, noch jemand? Ah, toll. Ich kann auch nicht aufmachen. Ach, da kommt noch mehr. Scheiße. Schade. Noch mehr? Du hast Spaß da oben, oder? Leute, kommt mal her. Oh. Hey, das ist unfair. Oh, sehr gut. Scheiß Spukkandidat. Sehr gut. War schon zwei. Ist jetzt gut? Passt. Ja, gleich. Ach so. Dann gehen wir rauf. Müsste es jetzt nicht zweimal machen. Ja, aber vermutlich sorgt es eher oder so. Ja. Ich weiß nicht, dass ich dich wiedersehe. Ach ja, warum? Hä? Weil du mich sterben lassen wolltest? Du wolltest mich auf deinem Schiff töten. Damit sind wir wohl quitt. Keine Ahnung, ob du es gemerkt hast, aber wir sitzen hier tief in der Scheiße. Hey, du musst mich nicht mögen und ich dich auch nicht. Aber Elias hatte recht. Allein sind wir verloren. Aber zusammen haben wir hier vielleicht eine Chance. Wetten, dass sie uns... Hm. Okay. Mal schauen, was haben wir denn hier? Okay. Schneller Waffenwechsel. Drücke eins, um schnell zwischen Ausrüstung zu wechseln. Okay. Okay. Ja, okay. Die große Wumme. Aber... Ich glaube, ich bleib mal bei dir. Ja, komm. Aufmachen. Ja. Mein Kollege. Äh. Hey, ich habe versucht, Farris zu erreichen, aber er wird vermisst. Musste reagieren. Habe das Tor verschlossen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Äh. Ja. Okay. Ich hätte es jetzt gerne noch fertig gehört. Okay. Aber ich würde sagen, hier machen wir mal... Uh, gut ist. Hast du übersehen? Aufstandsflinken-Munition. Ja, also, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für die Episode. In der nächsten machen wir weiter. Wenn ich hier mal drauf drücke. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier einen kleinen Hode-Modus haben. Dass hier Leute reinkommen. Und dann hoffentlich wir irgendwie die Raubel da schnell runterkommen. Und sie uns dann hier auf der Hinterland zurücklässt. Wobei, das Spiel war bis jetzt ziemlich unfair. Vermutlich wird sie uns einfach hier lassen. Und wir dürfen wieder zu Fuß gehen. Und regelmäßig komischen Tunnel gehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.